Ich bin hier in den E-Glarwitz als erster Helm und will den Ball haben. Genau hier, dann raus. Und hier, Halli, Halli, du hast ja raus. Wir haben wahrscheinlich keine Abseits. Also macht nur hier. Aber Olli, du musst nicht ganz offensiv sein. Wenn du ganz hilfreich kommst, wenn du zum Beispiel hier einen Wunsch rein auf den E-Gloch, lassen wir es lang. Guten Morgen, bitte Qualitanschaft, wenn sie von Pavilion Pahandschaftsgrüssen hauptzustellen. Vielen Dank.